Die Paldauer, von der Bühne runtergesprungen, haben nicht nur einen Preis in der Hand, nein, sie haben, wie viel, eins, haltet die noch mal alle hoch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wunderbar. Wunderbar, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich was fragen soll. Wie fühlst du dich? Gut, was willst du mehr machen? Wie hast du Weihnachten verbracht? Ja wunderbar, im Kreis jeder Familie, entspannend und hab mich voll konzentriert auf den Smagor-Wort. Was gab's zu Silvester zu essen? Vieles, vieles, Fisch. Fisch, Fisch, ja. Was habt ihr Neues vor? Wir haben eine neue CD auf dem Markt und die werden wir dieses Jahr ganz toll promoten. Was war euer größter Erfolg bisher? Ich glaube, ich glaube 3000 Jahre. Okay, was wünschst du dir für das Jahr 2020 von deinen Kollegen? Dass wir alle gesund bleiben und so weitermachen wie bisher. Alle die Smagos hoch, die, wunderschön, genau, und ein Abschlusswort für die Fans, sie bleiben uns erhalten. Juhu! Ja, wir bleiben auch erhalten, die nächsten 50 Jahre müsst ihr mit uns auch rechnen. Das ist eine Drohung, aber die machen wir wahrscheinlich wahr. Okay, das war das Wort zum Sonntag. Ich danke euch, weiterhin viel Erfolg, gute Reise und tschüss! Tschüss! Tschüss!